Die herausragende Medizin in diesem Fall begründet sich sicherlich darauf, dass das Klinikum Harlaching eigentlich schon seit über 30 Jahren in der Schlaganfallversorgung eine große Rolle spielt. Hier wurde deutschlandweit die erste Stroke Unit eingerichtet. Das Entscheidende für mich, warum ich nach Bogenhausen kam, ich würde es in einem Wort fassen, Niveau. Ich würde sagen, das medizinische Niveau in Bogenhausen und in der STKM überhaupt ist sehr hoch, überdurchschnittlich hoch.